Die Basler Börse feiert ihr hundertjähriges Bestehen. 20 Banken sind am Basler Ring akkreditiert und können so direkt ihre Aktiengeschäfte tätigen. Der Börsenkommissär überwacht als staatlicher Beamter den gesetzesgemäßen Verlauf des Handelns. Wird vom Schreiber eine Aktie aufgerufen, so ist das Papier zum Handeln freigegeben. Und so ist das Handeln. 2,5, soll er zurück? Ist ein Handel dann zum Abschluss gelangt, wird An- und Verkauf sowie der momentane Kurs notiert, dann die nächste Aktie aufgerufen und zum Handeln freigegeben.